Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Hallo liebe Crypto Family, als erstes möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken für eure unglaublichen, mega lieben Kommentare auf mein herzliches Dank für 8.000 Abonnenten-Video. Ja, war ein bisschen geckig, aber ich glaube es kam ganz gut an und dafür sage ich nochmal herzlichen Dank an alle da draussen, hat sehr viel Spass gemacht. So, nun aber wieder zur ernsten Sache zurück, wir reden heute wieder über Bitcoin, denn Bitcoin steckt in einer speziellen Phase, das müssen wir im Chart genau anschauen, dann lesen wir ein bisschen etwas, was hat Bitcoin mit Tesla und Apple zu tun und ja, ich würde sagen wir haben die ein oder andere Aufgabe vor uns und deshalb quatschen wir nicht lange rum, ihr wisst zuerst kommt das Intro. Ja, wir starten gleich mit der aktuellen News, eben die Verbindung, was hat Bitcoin mit Tesla zu tun und wieso hat da Apple auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, wir wissen am 5. November hat Elon Musk auf Twitter getweetet, soll ich 10% meiner Aktienbestände abtreten und da redet man von knapp 23 Milliarden Dollar, was natürlich wahnsinnig ist. Die Community hat ihm natürlich geraten, das zu tun und natürlich einige darunter haben gesagt, ja kauf doch damit gleich Bitcoin. Naja, wo natürlich Tesla das All-Time-High erreicht hat, kam dann natürlich auch die Angst, macht jetzt das Elon Musk wirklich? Was war denn das Problem? Man hat dann automatisch seine Bestände abgestossen oder Teil Profite genommen, wie es auch immer ist und der Preis stürzte dementsprechend runter. Nicht gerade in den Keller, aber doch für den Aktienmarkt relativ schnell nach unten. Bitcoin hat darauf ebenfalls reagiert, sobald die Börse aufging bei Amerika und fiel dann gleich um ungefähr 2%. Das ist im Verhältnis relativ gut, die Volatilität hat sich relativ gut gefangen. Nun ist natürlich jetzt auch bekannt, dass Elon Musk natürlich auch Kryptowährungen hat und wenn er das tut, wird er wirklich ein paar Milliarden in Krypto investieren und wenn er das tut, in welche Krypto wird es wohl sein? Das ist auf jeden Fall wieder völlig spekulativ. Bei ihm ist ja alles möglich, wahrscheinlich wird er auch irgendwie einfach so eine Milliarde wahrscheinlich noch in irgendein Dojo oder Shiba Inu stecken. Würde mich bei diesem Menschen nicht verwundern. Auf jeden Fall hätte er genügend Kapital, um auch bei jeder Art und Weise bei Kryptowährungen einen Wahl rauszuhaben. Also hier muss man hier definitiv vorsichtig sein. Dann war noch auch ein Bericht drin über Apple und zwar kam da natürlich Tim Cook dazu und hat dann auch gesagt, also das war so ein überschneidendes Thema und er hat im Interview selbst von sich aus gesagt, wir von Apple werden zurzeit keine Krypto akzeptieren, weder Zahlungen noch sonst in irgendwelche Richtung. Ich bin da noch nicht ganz so bodenrein mit ihm, denn ich weiss nicht, wie weit das die Entwicklung da schon vorgestossen ist, Vorschläge gemacht hat, intern, die einfach bereits noch nicht durchgewunken wurde. Aber wenn das ganze Metaverse immer mehr zum Thema wird und man digital mit der realen Welt vereinen will, da bin ich überzeugt, da wird Apple einer der ersten sein, der eben auch schaut, dass eben seine Kunden auch da mitspringen werden. Und die haben natürlich eine riesen Markkraft. Da hat übrigens Michael Saylor dann auch noch was dazu gesagt. Schauen wir uns nachher an. Fakt ist, Tim Cook hat aber zugegeben, dass er investiert ist im Kryptomarkt und eben sagt, dass man eben vernünftig muss diversifiziert sein mit seinem Portfolio. Also das hat er bei CNBC gesagt. Ja und hier war dann noch das Statement, wenn Apple dem iPhone die Unterstützung für Bitcoin zufügen und seine Staatskasse auf einen Bitcoin-Standard umstellen würde, wäre es seinen Aktionären mindestens eine Billion Dollar wert, antwortet Michael Saylor, CEO von MicroStrategy. Ja, spannend, bleibt auf jeden Fall spannend, wie stark da natürlich jetzt insgesamt alles miteinander ein bisschen zu tun hat. Natürlich eben, wie gesagt, bei Elon Musk verwundert uns das natürlich nicht. Dann vielleicht auch ein bisschen so als Flashback habe ich mir noch eines rausgesucht und zwar, wie teuer war dann eigentlich der erste Bitcoin und hier kann man relativ gut in der Timeline ein bisschen nach unten scrollen hier auf der Wirtschaftswoche. Das wäre vivo.de, da gibt es einen spannenden Bericht, wo ein bisschen so die Timeline von Bitcoin aufzählt und ja, das war, was sehr interessant ist, ist eigentlich dieser Abschnitt. Wie teuer war Bitcoin 2010 bis 7. Juli 2010, der Bitcoin-Kurs steigt auf 8 US-Cent pro Coin. Bitcoin erhält ein Software-Update von einer Community von Entwicklern. Dies hat zur Folge, dass sich der Kurs von 0,008 auf 0,08 Dollar pro Stück verzehnfacht. Dazu kommt, ein Jahr später wurde dann Bitcoin das allererste Mal in den Medien erwähnt und haute gleich einen Dollar drauf. Also es ist dann schon extrem spannend, wie schnell das eben geht und hier hat man hier ein bisschen die Timeline, also für die Leute, die es interessiert. Lest das mal durch, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend zugleich. Ja, dann überall wird ein bisschen berichtet, auch ein bisschen bullisch, auch die Aktionäre.de, auch hier wird ein bisschen nur kurz, aber man redet halt schon, dass der ganze Kryptomarktcap mittlerweile bei 2,9 Billionen Dollar ist und das macht natürlich unglaublich viel Geld und man dort halt schon sagt, okay, der ganze Markt spitzt sich langsam ein bisschen zu, man erwartet da schon irgendwas. Also ich denke nicht, dass jetzt irgendwie in diesem Jahr noch irgendein Einstieg in den Bärenmarkt ist. Das gehe ich jetzt wirklich nicht davon aus, da wir haben sehr viele Indikatoren, externe Beeinflusser, die eben genau dagegen, solange der US-Dollar abwertet, steigt der Bitcoin-Preis. Wir haben Upgrades bei Bitcoin, die ebenfalls dazu führen, dass es zu eher einem Preisanstieg kommt, als zu einem Preis der Fall. Die ganzen Lagen mit Covid-19 rundherum, mit der Inflation, die eben die einzelnen Bürger auch extrem betrifft, nicht nur die institutionellen, da sehe ich schon eher Potenzial eben, dass immer mehr Leute in Bitcoin investieren. Vor allem jetzt dann nicht vergessen, 13. Monatslohn folgt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ebenfalls nochmal so einen kleinen Schub gibt in den Kryptomarkt hinein, zumindest in der Schweizer Bevölkerung, ich weiß nicht, wie das im Ausland so ist. Aber in der Schweiz gibt es einen 13. Monatslohn, der ist eigentlich so ein bisschen dafür da, um eben die Steuern zu bezahlen, sofern man welche hat. Ja, und auf jeden Fall, das ist sehr spannend, dieser Akt ein bisschen zu beobachten. Dann, wie gesagt, werden wir Januar, Februar ein bisschen sehen, wie sich die ganze Lage mit dem Covid-19 ein bisschen entschärft oder eben nicht entschärft. Das wird extrem spannend. Deutschland, Österreich auf 2G-Regel, Schweiz immer noch ein bisschen auf 3G, ob die die nachziehen oder nicht. Da werden wir sehen, ob das richtig oder falsch ist. Das kann ich nicht beurteilen. Das Einzige, was ich beurteilen kann, ist eben, was schlussendlich solche Mechanismen mit dem Bitcoin-Preis halt bewirken können. So, also das zudem. Dann haben wir die Altcoin-Season wieder mal ein bisschen im Blick. Wir sehen, wir sind wieder ein bisschen zurück in die Hälfte. Es ist wieder 50-50. Wir sind also weder in einer Altcoin-Season noch in einer Bitcoin-Season. Dies noch einmal für die Leute, die sich da tausendmal darüber nachfragen bei uns in der Gruppe. Ihr könnt das jederzeit auf blockchaincenter.net, könnt ihr das nachprüfen. Da werdet ihr diese Informationen hier finden. Und ja, hier habt ihr eben auch den Spiegel, wie, wo, was performt in den letzten 90 Tagen. Also auch hier immer, immer wieder ein bisschen spannend, einen Blick darauf zu werfen. So, dann schauen wir uns, bevor wir in den Chart gehen, natürlich die Liquidations, respektive die Long Shorts an. Die Liquidations interessiert uns gerade nicht so. In der Stunde, in den letzten Stunden, sieht man, dass die Bullen hier wieder ein bisschen an Kraft zurückgewinnen. Ob sich das natürlich jetzt mit unserer Chart-Analyse übereinstimmt, das werden wir gleich sehen. Und wenn, wo wäre dann die Kraft der Bären, respektive wo stossen die Bullen auf den nächsten Widerstand. Da werden wir das ebenfalls gleich anschauen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und ja, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns. Ja, hier zurück in der Chart-Analyse werden wir uns nicht auf dem Daily, doch, wir können noch kurz auf dem Daily, können wir gehen. Hat einen Grund. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Auf dem Daily sieht man gerade, dass wir eine Art Bullfleck bilden. Wir haben hier das geschätzte Target vom Handle erreicht. Also unser Handle Target ist erreicht und wir haben hier oben ein bisschen was vor uns. Wir haben den kleinen Cup und wir haben hier oben noch den großen Cup, den es zu erreichen hat. Und wir haben hier diese massiv große Bullfleck, ja, gleichzeitig hier. Und da haben wir ebenfalls noch ein Ziel. Jetzt sieht es aber auch, als hätten wir hier nochmals eine kleine Bierfleck und Bierfleck, eine Bullfleck. Und auch die wird uns plus minus da in eine Richtung katapultieren dann. Das uns ein bisschen hilft hier über das 1618 und da müssen wir definitiv dann auch unsere Fibonacci im Daily nochmal ein bisschen anpassen. Also hier sehen wir, ich würde sagen, wir nehmen jetzt, ich habe euch gestern eigentlich glaube ich im Video gesagt, wir müssen hier diese Mauer noch ein bisschen stehen lassen. Denn wenn wir hier zurückkommen und hier drin verweilen, dann kriegen die Bären wieder Akkumulationen und haben die grösste Chance, wieder die Bullen zurückzudrängen. Auch wenn wir hier eine R1 haben, die meines Erachtens sehr, sehr stark ist, werden wir hier wahrscheinlich dann durch die Bären extrem nach unten gedrückt. Also dieses Szenario müssen wir weiterhin im Blick halten. Und aus diesem Grund möchten wir das jetzt eigentlich im 4-Stunden-Chart ein bisschen anschauen. So, gut. Also was haben wir gestern gemacht? Wir haben diese Fleck hier noch abgeholt. Wie gesagt, diese Fleck ist wichtig, die holen wir. Denn es war für uns klar, dass wir hier runterfallen. Wieso war es für uns klar? Die bärische Kraft hier unten hat extrem zugenommen. Und respektive, wir sehen hier in der langfristigen MACD, die nimmt die bullische Kraft ab. Also auch hier die MACD kurz vor der Kreuzung der Signallinie. Wenn diese Kreuzung stattfindet, dann werden wir noch weiter fallen. Und aus diesem Grund habe ich auch diese Linie hier von diesem kleinen symmetrischen Dreieck, die wir gemacht haben, noch etwas in die Länge gezogen. Und ihr seht auch, es ist immer so ein kleines strategisches Nice-to-Know-Feature, dass man sieht, okay, hier hole ich wieder eine neue, also es ist eigentlich wie ein Retest auf dem kleinen symmetrischen Dreieck. Aber es kann immer noch sein, dass wir hier auf dieser unteren Trennlinie, respektive auf der Trennlinie, noch einmal nach unten gehen. Aus diesem Grund habe ich auch immer noch diese Fleck hier. Und als kleines Backup-Absicherung haben wir auch diese Fleck hier in der Akkumulationszone. Ich denke, da sind wir sehr, sehr gut aufgehoben. Aber um eben den Shade zu vergrößern, passt das natürlich sensationell. Und so können wir das natürlich machen. In der kurzfristigen MACD sehen wir auch, dass hier die Kraft der Bären noch am Steigen ist. Das heisst, wir sind noch nicht fertig. Man muss jetzt schauen, ob jetzt diese Kerze hier hinten, man sieht sie kaum, ob sie es schafft, hier irgendwie vielleicht sogar auch einen Hammer zu bilden in den Candles. Wer nicht weiss, was das ist, ich empfehle euch unbedingt DJ Academies Videos anzuschauen. Die sind for free, Playliste auf YouTube, unbedingt mal reinschauen. Also wenn das ein Hammer wird, gibt es die Chance da, dass wir hier wieder nach oben kommen. Man darf aber auch nicht vergessen, das Wochenende naht auch schon wieder. Und mittlerweile wissen natürlich auch schon einige, auch ihr bei mir hier unter uns, ihr wisst mittlerweile, dass die Gefahr da ist, dass wir immer wieder zu viele Spekulanten haben und eben den Preis kurzfristig über das Wochenende ein bisschen beeinflussen können. Nichtsdestotrotz zeigt uns hier seine absolute Seitwärtskonsolidierung. Da müssen wir schauen, was wir jetzt hier bilden. Bilden wir schlussendlich ein neues Rising oder bilden wir dann hier ein übergeordnetes, grösseres, symmetrisches Strike. Wir kämen dann von unten, wäre auch hier positiv für uns, denn das wäre nach Adams Riese ein Ausbruch wieder nach oben. Also das werden wir auf jeden Fall genauer anschauen. Ja, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir bleiben so wie gehabt in den Trades drin. Die Rebuys sind gesetzt. Diese Flecke können wir wegnehmen. Die haben wir abgeholt. Jetzt bedeutet das hier zu schauen, ich nehme die Flecke ein bisschen hier rüber, werden wir hier noch ein bisschen runtergehen, holen wir diese Flecke noch ab oder gehen wir bereits hier schon wieder nach oben. Und wenn nach oben, auch hier müsste man dann ein bisschen aufpassen, sehr, sehr wichtig. Wenn wir nach oben gehen, wäre es dann schon wichtig, dass wir hier raus wieder kommen. Und ihr seht es eigentlich schon, wenn man das jetzt alleine so verbinden würde, dann würde es schon wieder nach einem kleinen Falling aussehen. Und das kleine Falling würde uns dann auch dementsprechend wieder etwas nach oben bringen, je nachdem, wo der Austrittspunkt sein wird. Wahrscheinlich wird er eher so in dieser Phase sein. Also gut, gut, Auge draufhalten, aufpassen, wie sich das Ganze hier weiter verformt. Und immer wichtig, da draussen, haltet euer Risk Management im Griff. Risk Management bedeutet, ihr habt entweder genügend Liquidität im Asset, um euch immer wieder nach unten einzukaufen und das mit wirklich kleinen Hebeln, also versucht zu bleiben, jetzt irgendwo auf X3 herum für alle Anfänger, die schon etwas fortgeschritten sind, können natürlich selbst entscheiden. Aber die Anfänger, da rate ich dringend, nicht mehr als X3 und immer mit einem Stop-Loss zu traden, denn auch wenn ihr ausgestoppt werdet, habt ihr immer noch die Möglichkeit, wieder neu einzusteigen und den Verlust im Stop-Loss wieder gut zu machen. Optimal den Stop-Loss in den Gewinn zu ziehen, dann seid ihr in der Regel immer safe. Aber wie gesagt, euer Risk Management, eure Verantwortung, also schaut da sehr, sehr gut drauf. So, das war es von meiner Seite. Ich sage Tschüss aus der Schweiz, bleib gesund und bis zum nächsten Video. Tschau zusammen. Sous-titrage ST' 501 Bis zum nächsten Mal.